Ich versuche jeden Tag zu beginnen mit Dankbarkeit und so mir bewusst zu machen, das wird ein guter Tag. Ich will heute gut gelaunt sein. Ich werde heute Spaß haben. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Schönheit ist, wenn man sich selbst zurücknimmt. Nutze diese Power oder diese Ausstrahlung oder wer ich bin, dafür in dem Moment nicht um mich selbst zu proponieren, sondern um alle anderen in dem Raum auch sich gut fühlen zu lassen. Das ist schön. Ein positives Festival-Erlebnis bedeutet für mich pure Euphorie. Man lässt sich tragen und mitreißen und hypen von der Gruppe, mit denen man ist, von den fremden Menschen, die einem Leben geben und von der Musik. Ich bin selbstbewusst, weil ich selbstbewusst sein will. Das ist eine Entscheidung von mir. Ich will ein selbstbewusster, outgoing Mensch sein. Egal, was für Ängste ich habe. Die größte Illusion in meinem Beruf ist, dass die meisten denken, dass wir einfach leere Hüllen sind, die funktionieren. Musik ist für mich etwas, was dein Leben schöner macht. Freunde sind für mich, die Gefühle mit mir teilen, ohne dass man darüber redet. Man ist gemeinsam, man schaut sich an und man versteht sich. Und man verzeiht sich. Man ist empathisch miteinander und weiß, egal was passiert, der andere will mir was Gutes und ich will ihm was Gutes. Musik 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 Musik